Aha, hat ein Ring. Eine Pistol. Eine Pistol, ja. Ich mag nicht Pistols. Und was willst du jetzt von dir, die Xer? X. Kopf Sucher, Kopftreffer mit dieser Waffe erhöhen kurzzeitig einen Präzisionsschaden. Okay. Oh, ich komme nicht auf die 1200. 1196. Was muss ich tun, Dude. Ich brauche eigentlich einen scheiß Granatenwürfer. So, jetzt reiche ich mal kurz zum Variks, der mich nicht hinfahren muss. Und dann kommt er zu mir und hilft, nur wenn er so nett ist. Ja, ich muss eh noch wechs mit Präzisionsschaden kehren. 15 Stück. Ja. Ja, weil ich hab da wechs. Bist du gerade beim öffentlichen Event, oder was? Nein, bei einer Quest bei mir. Ach so. Ich glaube, mir gefahren. Einmal hier und einmal da. Huiiii. Da war ich eigentlich zuerst fast fertig und dann ist der Old Fox hat mich verlassen und dann ist das Event auf einmal auch weg gewesen. Ach so. Obwohl ich der Truppführer war. Ah, das ist das. Ich hab hier. Ja. Oh, das ist eine hyper-tomatische. Cool. Upsi. Da kommt ein dicker Geflogen. Da war einer. Ja. Na. Wann kann man endlich den ersten Dingsbumstall kaputt machen? Das habe ich schon kaputt gemacht, den ersten Kristall. Gar nicht wahr. Ui, da hau ich rein. Wajda. Ihr Gschiessene. Toll, leider. Ich mag diesen scheiß neuen Stasis-Dreck nicht. Der macht seinen super Nahkampfangriff nur dann, wenn er will. Gschiessene. Wofür ich da bin, frage ich mich hier gerade. Wofür ich da bin, frage ich mich hier gerade. Ich habe auch festgestellt, wenn es so eine Wand ist und die dahinter stehen und du haust auf die Wand drauf, dass die Splitter auf die Gegner fliegen und dann auch kaputt machen. Ah, okay. Weil mir doch, der, alter, wenn es einem nicht genau trifft, dann verliert er nicht rein, dann hast du die Tepper der Eiswand. Aber dann habe ich festgestellt, der ist in der Nähe und dann gehst du hier mit der Haustfahrt-Granaten rein oder mit einem Granatenwerfer und irgend so was. Dann fliegen die Splitter herum und killen auch die Leute mit der Eis-Splitter. Ich bin so schwach auf der Boost heute. Ah, da ist ein dicker Servitor. Und der schmerzt uns irgendwohin. Oh, schade. Da haben wir beide gefallen. Wo ist er? Da ist er. Ich habe mich ausgeschossen. So, erledigt. Und jetzt. Und nun. Ich brauche nach wie vor die zwei toten Exos. Warte, passt das wir da jetzt sind. Dann müssen wir zu den Breo. Breo Wissenschaften. Ex-Wissenschaften dort hineingehen. Nein, da gibt's die Tür. Ist da unten so jetzt auch ein bisschen tapert, gell? Ja, frisst die Granate. Oh, ich fahre jetzt fast ein ganzes Magazin an, die Typen. Nein, dann komm herunter, der Mr. Gumminghut. WIE! WIE! Wo ist der Gumminghut? Na ja, wo halt hinter dich! Ist das das, wo der Ismael das letzte mal gesagt hat, rauf zu springen? Nein! Dort ist er nicht. Das haben wir schon geschaut. So, dann folge mich. Du wirst ein Braus Wunder erleben. Da haben sie wieder was aktiviert. So. Da weiter, da weiter, da weiter. Da sollte einer liegen. Stimmt das? Bei mir liegt er nicht mehr. Und den kannst du jetzt da aktivieren. Hast du schon mal? Ja, der redet schon. So, dann folge mich. Jetzt hast du zwei von drei, oder? Ja. Passen wir dann, folge mich weiter. In neue Gebiete. Das ist alles. Ich weiß, was du programmiert hast. Aber wo hast du mich? Wir vermuten, dass das dann neue Raid ist. Der wurde übrigens schon geschafft, gell? Ja, ja. Deswegen ist irgendwas für das normale freigeschalten. Irgend so was war, glaube ich, was Kass gesagt hat. Weil das schon erledigt ist, ist das auch für andere frei. Irgend so ein Blödsinn war. Ja. Habe ich gelesen. In Dolch Fox hat's gemeint, wer da diesen Raid einmal zugeschaut oder sowas. Dann hat er gesagt, das schaut dann auch aus, wenn das die Umgebung vom neuen Raid wäre. Weißt du, wo wir jetzt sind? Ja. Ist das ein Granatenwerfer? Nein, ist das nicht. Scheiße. Aber ein Scoutgewerb besser ist eine Pistole. Ich biete mir aber ein, dass ich da schon mal war. Na ja. Das ist... Also ich könnte mich nicht erinnern. Nein, da nicht. Da war ich auf keinen Fall. Das Oman hat's vielleicht ähnlich rausgeschaut. Mhm. Und da schau ich mal da nach vorne. Wohin? Woher da? Ja! So. Muss ich da... Müssen wir da runter? Ja, ich zeig dir, wo mich runterhubst. Weil wenn's von dort runterhubst, kannst du passieren, dass du stirbst. Ah, von da drüben, okay. Aber nicht ins Loch hineinfallen. Das hab ich mir fast gedacht, ja. Löcher sind böse. Männer merkt euch das. Ja. Was? Wo? Hä? Da. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo du bist. Na da einfach runter. Also doch ins Loch. Ja. Aber nicht vom Außen durchfliegen, von oben oben, weil sonst bis zu... Ja, na. Ja. Ja, na. Ja, na. Ja. 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 Und, wat. Auf einer von den Plattformen ist der letzte Exo zum Scannen. Ich glaube da, wo ich bin, liegt er. Okay. Auf der Plattform oder auf der da oben? Liegt da kein Exe herum oder so? Ja, dann schau, ob ich den... Ah, genau. So, jetzt muss ich den... Richtig. Ich muss den gigantischen Exe finden. Dann folgen wir. Ich glaube, da wirst du ein bleues Wunder erleben. Schon wieder? Hast du das nicht gerade vorher gesagt? Nein, nein, aber es schaut einfach genial aus. Das ist... Da jetzt hinaus. Aha. Ah, ich glaube, da führt sogar mein Ziel hin. Kann das sein? Ja, das führt schon hin. Oh, soll ich das Ergebnis testen. Whoa. Haha. Ein Moin-Effekt. Ohohoho. Alter, Freunde. Und zu viel versprochen. Und lauter freundliche. Ja. Praetik Kampfbots. So, aktiviert die K.O.I., jetzt kannst du ein bisschen zuhören. Okay. Da taucht euresgleichen aus dem Äther auf und zerstört meine Arbeit. Hast du Banshee gesagt? Deine Arbeit? Bist du? Wie interessant. Dann seid ihr also hinter der Klinge her. Wir wollen nur unserem Freund helfen, seine Visionen zu verstehen. Die Klinge hilft vielleicht dabei. Ja, ich weiß, wo sie ist. Wenn ihr sie wollt, dann beweist, dass ihr meiner Zeit würdig seid. Gleichfalls. Der Untergang? Klingt, als hätte ich viel nachzuholen. Wenn das alles stimmt, was du sagst, sollte ich mich wohl bei euch und euren Leuten bedanken. Vielleicht könntet ihr so lange davon absehen, mein Lebenswerk weiter zu zerstören. Okay? Das war's. Ja, nicht, dass du neu bist. Das ist die verlorene Klage. Ja, genau. Besiege in eine Imperiumjagd eins von Eremis Ratsmitgliedern muss ich auch machen. Ja, die muss ich auch noch. Und zu fremden Exo muss ich zurückkennen. Ja, dann. Aber erst mal zu fremden Exo einmal. Minotales, gut, oder? Ich glaube, ich werde jetzt. Aha, okay. Oh, das ist so fremd. Nee, ich habe es verkeert. Ja, okay. Vielen Dank.